Ich habe jetzt hier die Caro vom Organisatoren-Team des Bergfunk Open Airs bei mir. Hallo Caro, danke, dass du Zeit für uns hast. Hi, voll gerne. Erzähl doch vielleicht zuerst mal, was deine Rolle hier beim Bergfunk Open Air ist. Im Vorfeld, ich habe so alles gemacht, was man so angucken kann, also die Plakate, Flyer, unsere Pässe und so Krams alles. So an sich vor Ort hier mache ich den ganzen administrativen Quatsch. Also so das, was normalerweise die Leute dann vergessen würden. Ja, zu machen. Ja, naja, genau. Das ist jetzt nicht das Weltwichtigste, aber wenn es nicht da ist, wäre es auch blöd. Ja, glaube ich dir. Wie lange bist du denn schon dabei? Ich bin 2009 dazugekommen als einfach nur über den Freundeskreis und da habe ich am Familientag zufällig mit Brötchen geschmiert für die Künstler. Dann bin ich 2011 dem Verein beigetreten und 2013 in den Vorstand gewählt worden. Und du machst das ja aber auch ehrenamtlich wie alle anderen, ja? Ja, genau. Wie viele ehrenamtliche Helfer habt ihr denn? Naja, fünf, sechs Köpfe, so der harte, heiße Kern und dann jetzt natürlich, es müssen immer so fünfzehn, zwanzig Leute und jetzt dann kommen noch so externe Helfer eben dazu, die eben dann hier vor Ort voll am Start sind. Genau, also und es sind glaube ich so, ich glaube wir sind so 60. Bisschen über 60 Leute insgesamt, ja. Und du bist ja jetzt schon dann sechs Jahre dabei, wenn du gesagt hast, 2009 hast du angefangen. Was war denn bisher dein schönstes Erlebnis mit dem Bergfunk Open Air? Mit dem Open Air, da muss ich sagen, ich glaube letztes Jahr 2014, da war eine We Invented Paris da und der Sänger ist mit so einer Leierkiste, ich weiß nicht wie das Instrument heißt, aber ist ins Publikum gestiegen eben und hat sich auf einen Stuhl in die Mitte der Leute gesetzt und um ihn rum hat sich so ein Sitzkreis gebildet und das war so richtig intim einfach. Mega gut. Und das ist ja auch das, warum wir das hier machen einfach. Und gab es denn irgendeine Lieblingsband so generell beim Bergfunk und dieses Jahr? Dieses Jahr? Da habe ich mich am meisten auf Enno Bunga gefreut und der war gestern ja auch da. Und der war gestern da, genau. Und so generell gab es da oder war das We Invented Paris? Tatsächlich glaube ich, ist jetzt nicht die bekannteste Band, die bei uns war, aber der Plot ist so eine ganz tolle Fusion aus eben Rap Elementen und trotzdem auch Rock und Instrumentalmusik dabei. Und die sind jetzt auch schon zum dritten Mal bei uns, glaube ich. Die sind doch dieses Mal auch dabei, oder? Das zweite Mal dabei, genau. Die spielen heute als letztes und das wird so, glaube ich, mein persönliches Highlight, hoffe ich mal. Cool, das klingt doch gut. Und jetzt noch so zum Abschluss, was ist denn für die Zukunft noch geplant? Gibt es schon irgendwelche heißen Pläne? Na ja, man muss sich ja immer noch Luft nach oben lassen. Die man schon verraten darf. Ach so, das ist ja auch noch so ein Ding. Man muss ja immer noch Luft nach oben lassen. Wir hatten auch dieses Jahr noch ein paar mehr Ideen, aber manchmal hapert es dann einfach an den Kapazitäten. Sei es finanziell, sei es Manpower mäßig. Ja, gerade bei einem ehrenamtlichen Festival vermutlich. Also ich denke, wir nehmen uns vor, das Campen mal ein bisschen geplanter irgendwie durchzuziehen. Dieses Jahr kam so spontan um die Ecke und dann nächstes Jahr vielleicht können wir da ein bisschen mehr bieten sozusagen für Menschen, die auch hier übernachten wollen. Das, was wir jetzt machen, so gut wie es geht beibehalten und halt irgendwie noch ein kleines bisschen immer dazu so. Und dieses Jahr, ich bin super stolz auf uns, weil wir allein, was so das Optische angeht, einfach auch einen Sprung gemacht haben und viel, viel gebastelt wurde, viel gebaut wurde auf dem Gelände und alles eben so richtig schön handgemacht aussieht. Die Stimmung ist mega gut. Die Stimmung ist so gut dieses Jahr. Man merkt richtig, was man geschafft hat. Und deswegen, also wir feiern uns selber natürlich auch übelst hart. Das dürft ihr auch. Das dürft ihr auch wirklich. Aber es macht einfach Spaß. Es ist einfach schön. Ja, cool. Ja, dann auf jeden Fall wünsche ich euch noch viel Erfolg mit dem Festival, auch in den kommenden Jahren, auf das es das Festival noch für immer gibt. Werden wir mal sehen. Wir werden wahrscheinlich alt und grau damit. Ja, na. Hoffentlich. Das ist das Ziel, würde ich sagen. Ja, wenn wir nicht gerade Nachwuchs bekommen. Genau. Muss man immer ranholen. Brauchen wir. Ja, dann bitte, nehmt das als Aufruf, helft doch hier auch mal. Stubenrausch-kw.de. Genau, da hört es. Ja, vielen Dank, dass du Zeit für uns hattest und jetzt noch viel Spaß beim Festival, würde ich sagen. Sehr gerne. Vielen lieben Dank. Danke. Tschüss. Pfau Palン. Pfau Pau ting mal nach. Pfau catalogrik. Pfau Palas. Pfau Pau.